Ja, liebe Camper, da haben einige gesagt, der Test wäre nicht ehrlich gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, was mit dem einen Datenlogger da los war. Der Dometic ist Schrott, den haben wir rausgenommen, das geht nicht. Zu dem Dometic Combo, den habe ich gestern umgebaut, komplett umgebaut. Der sieht aus, der kühlt hervorragend, zeige ich euch. So, pass auf. Pascal, Kamera hier drauf. Hier, Kühlakkus, Kühlakkus, die Wand, so. So, dann hat er wieder 28, da hat er dann wieder 25. So, ich denke, dieser Kühlschrank ist warm. Jetzt habe ich mal einen Dometic, ich wollte mal wieder einen Dreier-Test machen. Kiesmann. Das ist das Glas, äh, Kiesmann. Das ist das Glas, geht er wieder hoch, siehst du hier. Könnte ich jetzt auch sagen, der hat 3 Grad, war der wärmer. Sind alle aus, die Kühlschränke. 21, 23, 22, siehst du. Kühlschränke sind alle warm. Jeder Kühlschrank ist warm. Nein, den habe ich vorgekühlt, weil, ich bin ja nicht ehrlich. Guck mal, wie warm. Hier, die Wand. Du siehst genau, kannst du das alles sehen? So, Kühlschrank. Hier haben wir sogar mehr drin, hier haben wir 7 Liter drin. Die anderen haben nur 6 Liter drin. 26, hier. Guck mal, 23, komisch, ne? Und trotzdem ganz warme Plurre. 22, dann hast du 24. So, der Kühlschrank ist aus. 24, 7, 31, 28. Also, ihr seht, Kühlschrank ist aus. Alle Kühlschränke sind aus. Kommt mir keiner hier mit irgendwelchen Tricks. Komm mal hier, 33 Grad. So. Kühlschrank zu. Kühlschrank zu. 6 Grad. Hier mache ich mal minus 15, weil, andere kommen ja gar nicht dahin. So, minus 15. So, den hier an. Ach, 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 mach mal auf. Ja, siehst du, geht schon wieder los. Hier. Schau mal, 43, 7. Einmal drücken. Rekord. Rekord. Bitte Kühlschrank in der Mitte. Froster in der Mitte. Türe zu. Nächste. Rekord. 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 Der schwarze ist immer Kühlschrank. Hier hin. Losdrehen eben. Und den legen wir auch in die Mitte. Ja. Jetzt müssen wir den einschalten. Mach du das mal, Stefan. Ich sehe das so schlecht. Auf drei. Ja. Der läuft auch. Den einschalten hier. Ne, oben. Gedrückt halten. So. Ist an, ne? Ja. So. Gib mal Datenlogger. Die Dinger sind nur für mich ein Richtwert. Die haben keine Funktion. Da kann ich draußen gucken. 44, 1. Ich stelle gleich was runter hier. Rekord. Ja, auch noch Rekord. Türe zu. Ich habe mich da maßlos drüber geärgert. Florian auch. Aber zwei, vier, sechs Flaschen. Siehste. Alle drei. Ich habe die auch gerade gemessen. Hat einer gesagt, einer steht weiter an der Wand. Seht ihr. Na, ein bisschen Luft hier mal. So, was soll ich sonst noch machen? So. Hier sind die drei Batterien. Seht ihr? Hier sind die drei Batterien. Batterie 1, 2, 3. Ist das so richtig? Ja. 5 kommt minus 5, 7. Minus 2, 9. Minus 5, 4. So. Wer was braucht, ist egal. Die Batterien lesen wir gleich aus. Ich habe gesagt, der Kühlschrank hat 26 Ampere gebraucht. Meine Güte. Oh, Kinders. Ja, da sagt mir der Autodoktor mal, der Jürgen, der Tisch hat in den Weg gestellt. Bringen wir mal eine 100 Ampere Batterie. 100 Ampere, äh, 100 Ampere Stunden Batterie. Ach, da ist ja eine andere. Die haben so, aha. Die haben ja so einen Knall. Aha. Aha. Jetzt ist das richtig. Vorher war das eine andere Batterie. Ja, wie viel hast du denn gedacht? So, jetzt muss ich gucken, dass ich das in die Waage bringe. So. Rekord. Blick. Der misst jetzt den Raum. Aber ich muss das in die Waage kriegen hier. Ich habe schon gerade etwas runtergestellt. Das ist nicht so einfach. Ich habe den Fühler da. Ich wollte so bei 35, bei 38 Grad. So, der zeichne ich jetzt auf. Den kann ich auch hier hinlegen. Oder wo ich den hinlege. So, habt ihr jetzt alle gesehen. Das, ja, wo die 20 herkommen, haben wir uns zugegeben. Verstehe ich nicht. Den Dometic mussten wir rausnehmen. Er kühlt nicht. Wir können mal eben ganz kurz zum Dometic laufen. Dann machen wir ein extra Video drum. Habe ich gestern umgebaut. Perfekt umgebaut. Da können wir eben schnell hingehen. So, wir sind jetzt hier auch fertig. Wir lassen irgendwo laufen. Bis um halb vier. Weil dann kann er den hochladen. So, komm, wir gehen. Türe zu. Hier seht ihr. 30 Grad hat der Kühlschrank. Kann man das sehen? Ja. Ordentlich. 27 hat der Kühlschrank. Ja. Nicht, dass sie wieder irgendwas zu kacken haben. Weißt du, sollen doch mal selber was machen. Können nur dumme Sprüche. Man enthält aber Amperestunden. Wir haben den Test neu gemacht. Ich weiß gar nicht, was die sich da einbilden. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Gut, ob da gestern was schiefgegangen ist, ich weiß es nicht. So, hier 42 Grad im Raum lesen wir ja jetzt aus. So, Flo, wir brechen jetzt erstmal hier Klimagerät aus, Türe auf. Aber das schadet hier nicht. Boah, hier ist Sauna. So, Lukas, auslesen. Welche Nummer? Welche Kühlschranknummer? So, jetzt gehen wir mal auf die Batterien. Dann kann ich schon mal aufschauen, wer hat was. Was ist das? So. So. Du gehst dann da auch drauf, ne? So, Batterie. Batterie 3. Dann hast du noch verbunden, bis jetzt. 2. Ich war da gar nicht drauf, Flo. Dann muss ich wohl Bluetooth ausmachen. So. So, aus. Ich hab da nichts. So, Batterie 3, Batterie 2, Batterie 1. Batterie 1. So. Batterie 1 ist. Du kannst alle drei untereinander holen. Batterie 1 ist 56%. So, Batterie 1 ist 56%. So, Batterie 2. Suche ich gerade. Ich hab die, normal gehen die auf ein Bild. Hast du das geguckt? Stell dich beim Flo bitte hin. 67, Batterie 2. Batterie 3. 67%. Batterie 3. Batterie 3. Das ist 44, logisch. So, Batterie 3. W, C, S. Batterie 1. Kismann. Kismann. Batterie 1. Batterie 1. Belohner. So. Das hast du. So, jetzt musst du auslesen. So. Jetzt fangen wir hier an. Lassen wir die ruhig weiterlaufen. Minus 15. Minus 15 habe ich eingestellt. Minus 15 habe ich eingestellt. So, egal. Kühlschrank 6,4. So, Lukas. Frostor. Das ist WCS. Die anderen lassen wir drin. Da kann gar nichts jetzt stehen. So, jetzt gehen wir mal gucken. Das kann dann weg hier. Weißt du, ich lasse mich doch nicht von solchen Leuten da als Lügner hinstellen. Gut, ich weiß nicht, was da gestern mit dem Sensor passiert ist. Der Dometic konnten wir nicht. Keine Chance. Der Dometic, habt ihr alle gesehen, geht nicht. Ich habe ja erkältet. Da kommt ein extra viel, ne Pascal? Wir haben den umgebaut. Der kühlt dann wie super. Weil ich in einem anderen Kompressor habe, weil ich alles geändert habe. Geht alles. Der war für den Test nicht mehr geeignet. So, den können wir ausschalten. So, aus. Maschinenstopp. Die lassen wir weiterlaufen, bis Lukas kommt und hat die ausgelesen. So, dann gehen wir mal gucken beim Lukas. Die lassen wir schön weiterlaufen. Weißt du, die glauben auch, wir wären blöd. Was bilden die sich eigentlich ein? So, was ist los, Lukas? Wo ist das eine Blatt? Hier, Raumtemperatur. Genau. Das ist die, das ist die, das ist die, das war gestern eine Sauerei. Pascal sagt auch, wir wissen nicht, was da mit dem Scheiß, ich gehe mal davon aus, Stefan, die war nicht kalibriert richtig. So, das ist die Raumtemperatur. Das ist jetzt, das ist jetzt 15, 19, genau. So, kannst du dann immer genau auf die Stunde achten, Stefan. Das war ein bisschen durcheinander. So, das ist jetzt der Froster, ne, Lukas? Ja. So, jetzt kommt der Kühlschrank, ne? Ja. So, dann gehen wir die beiden Nächsten holen. Weißt du, was bilden die sich eigentlich ein, die Schwachköpfe da? Oh, siehst du, haben alle Ärger. Die schreiben Kommentare, das ist der letzte Dreck. Aber das sagen alle Händler, alle andere Händler auch, die werden beschimpft und keine Fachleute. Pass auf, immer genau eine Stunde. Weißt du, sonst habe ich ja wieder was falsch gemacht. Du kannst den Datenlogger, sieht jetzt jeder, der liegt am Tag, der ist durchgelaufen. Im Raum war 42 Grad. Wie sieht es aus? Kommt der? Können wir ja schon mal zeigen, die Raumtemperatur hier. Ne, warte, Flo, wir holen erst die anderen beiden Datenlogger. Ich gehe die sofort holen. Komm mal hier. Pascal! So, weißt du, auf dem Weg nach hierhin mache ich doch dann was falsch. Das ist falsch. Minus 6,6. Egal. 16. Keine Kühlung möglich. So, Kismann. Hier. So, das ist Kismann. Der gehört jetzt hier drauf. WCS. So, die legen wir jetzt hier an der Seite. Das ist noch WCS, ne? Ja. Direkt draufschreiben, bitte. So, der eine kühlt jetzt weiter mit der Dinges. Ich weiß nicht, Flo, was da passiert ist. Der Stefan auch nicht. Ich habe da, ne Pascal, wir haben uns gestern darüber unterhalten, ob der hier drin lag und dann im Kühlschrank gekommen ist. Ich habe heute Stefan gefragt, Stefan, kannst du Antworten geben? Du sagst, du verstehst das auch nicht. Du hast genau zu der Zeit gemacht. Wir wissen jetzt einfach nicht, was da passiert ist. Ja, ich schätze mal, ich habe alle heute Morgen kalibriert. Ich war außerdem heute Morgen, wisst ihr noch gar nicht, ich war um 6 Uhr hier. Frag mal meine Frau. Weil er hat mich drüber geärgert, weißt du, dieses Großkotz. Weißt du, selber nichts können. Ach, der hat 28 Ampere verbraucht. Ist das richtig, Flo, oder habe ich das jetzt falsch gesagt? Amperestunden. Ja, stimmt ja, Amperestunden. Wie mir das auch immer wieder passiert. So, das ist WCS. So, genau. Einmal. Das ist jetzt Kismann. Da kann man schon draufschreiben, wie viel Strom der verbraucht hat. Genau. So, Stefan. Kismann. Das ist Kismann Forster, sehe ich schon. Gut, er ladet den nächsten schon. Jetzt können wir Beluna holen. Komm. Müssen wir mal die Kühlschirke gleich ausschalten, ne? Macht mal den Test. So, ich habe jetzt hier den Beluna. So, Lukas. Immer ruhig mir hinterher. Verfolgt den Geld. Ja. 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 Weil wenn ich da draußen doch über dem Hof gehe, Florian, dann mache ich so. Hör mal. Spindale. Das ist jetzt der letzte Kismann, ne? Ja. Kommt noch eins, ne? Ja. Kismann haben wir im ersten Jahr. Ja. Da kommt aber noch einer. Ja. So. Kismann. So, und jetzt kommen die beiden Beluna. Da habe ich noch ein Tedford. Kinders, wir machen doch den Test. Habt ihr in dem Test einmal schlecht gehört? Hat einer einmal schlecht gehört? Das ist doch nur, wie weit kann man gehen? Was kann ein Kühlschrank? Wenn mir ein Händler schreibt, der kommt vom Caravansalon im Auto, sind 44 Grad und der kühlt noch weiter. Weißt du, ja, das ist scheiße, das ist scheiße. Nicht ein einziges Wort wurde darüber verloren. Ja, und das stimmt nicht. Der Dometic ist fertig. Dann kommt morgen ein Video über den Dometic. Kinders, da baue ich da einen richtig fetten Kompressor, einen Leistungskompressor ein. Und siehe da, kühlt. Ich habe erst gedacht, was hat der Kühlschrank? Froster ging ja, Kühlschrank gar nicht. So, dann habe ich den umgebaut. Haben wir alles auf Video. Von Anfang an, wie ich den Ausbau, was vorher drin war. Kühlt, hast du auch mal mitgekriegt, Flo? Minus 34, eine Verdampferplatte. So, das ist... Boah, hast du aufgestartet und sag mir mal die Temperatur. Bei wem? Ne, alle. Aufgestartet müsst ihr... 43,9, 43,9, 43,7, 43,8. Ja, 44,2 siehst du. Perfekt. Ich sagte, der war nicht kalibriert. Der hing irgendwie daneben. So, das ist Veluna. Kopp noch einmachen, dann sind wir durch. So, dann haben wir Froster, Kühlschrank. Immer mal drüber schreiben, ne? Wer ist was hier, ne? Das ist Froster. WCS. Und das ist Kühlschrank. Tausch die doch, hast du alles gleich. Dann da rüber. Dann hast du alles gleich. Das ist der Kühlschrank. Nein, das ist der Kiesmann. Ach, das ist der Kiesmann. Ach, da ist der WCS dann, oder was? Nein, hier. Ach so, das ist WCS, okay. Ja. Jetzt machen wir drauf. Das ist der Froster. Ich blick da nicht so ganz, wie das hier gerade läuft, ne? Ja, weil da hast du WCS und hier ist nochmal WCS. Ja, Froster und Kühlschrank. Ach so, willst du das separat legen? Ja, okay. Weil WCS, Kühlschrank, können wir ja, wir wollen ja alle Kühlschrank und alle Froster miteinander vergleichen, oder? Ja. So, das ist der letzte, ne? So, jetzt machen wir das fertig und dann schauen wir uns das mal bitte gemeinsam an. Das ist Belluna Froster, das ist Kiesmann Froster, das ist WCS Froster. Aber die drei WCS, die willst du ja nicht Kühlschrank mit Froster vergleichen, ne? Wer ist das hier? Raumtemperatur. Ah, das ist die Raumtemperatur, das seht ihr ja hier, ne? 36,44,4. Das ist der Name, Belluna? Ja, ja. Muss ich jetzt schön nah hier rankommen, ne? Okay, so, wir können schon am Anfang Stefan zeichnen, so. So, wir haben, so Florian, wir sind aufgestartet, um 8.49 Uhr sind wir aufgestartet, bei 43,8 in der Bude. So, siehst du, jetzt geht die Temperatur schon runter. So, jetzt schauen wir mal hier, 43,9, das ist der Kiesmann. Nach einer Stunde hat WCS im Froster minus 2,3. So. Nach einer Stunde hat der Kiesmann 6,8. Wo ist der Belluna? Bei mir. Nach einer Stunde hat der Belluna 9,7. Nach zwei Stunden hat der Belluna 0,3. Nach zwei Stunden hat der Kiesmann 0,4, der Kiesmann. Nach zwei Stunden hat der WCS minus 12. Und gehen wir hier weiter. Nach drei Stunden minus 13,2. Nach drei Stunden hat der Kiesmann minus 2,7. Der Belluna nach drei Stunden minus 6,1. Nach vier Stunden 8,3. Eins, zwei, drei, vier. 4,7. Eins, zwei, drei, vier. Minus 13,4. Dann minus 13,7 nach fünf. Nach sechs minus 15,7. Nach sechs, minus 6,3. Minus 5,1. So. Dann bei dem Belluna. Minus 8,3. Minus 7,6. Minus 7,5. Feierabend. Er hat voll seine Temperatur erreicht. Jetzt voll, seht ihr hier, schwarz auf weiß. Seht ihr das? Bitteschön. So hat er das ausgedruckt. 43,9. 43,8. So, jetzt gehen wir zum Kühlschrank. Ich habe ja schon genug, aber du wirst dich jetzt hundert. Jetzt gehen wir zum Kühlschrank. Der WCS-Kühlschrank mit 40,3 aufgestartet. Nach einer Stunde hat der WCS-Kühlschrank 22,5. Nach einer Stunde hat der Kisman 28,4. Nach zwei Stunden hat der Kisman 27,4. Nach zwei Stunden hat der WCS 24,7. Stopp, das Luftfeuchtigkeit vergleichst du gerade. Ah, da, sorry, sorry. Du bist hier auch verrutscht. Oh, da bin ich auch verrutscht. Alles nochmal neu. Nach einer Stunde hat der Kisman 22,6. Der WCS nach einer Stunde 10. Nach zwei Stunden hat der WCS 6,4. Ja, aber Stopp, der ist hier schon im Regelbereich. Ja, der ist schon im Regelbereich. Der ist schon aus. Nach zwei Stunden, ich wiederhole, 6,4. Ja, pff, das kannst du nicht laut sagen. 18,9. Jetzt gehen wir auf drei Stunden, hat der Kisman 18. Nach drei Stunden hat der Beluna 15. 15,2. 15,2. Nach drei Stunden hat der WCS 7. War ja im Regelbereich sowieso an, aus. Grob, guck mal, siehst du, 5,8, 6,7, 6,4. Mach mal an der Platte, so kann man schön schon sehen. Hier ist der Regelbereich schon erreicht bei WCS. So, dann sind wir bei, nehmen wir mal die vierte Stunde. Habe ich 6,1 bei WCS. Vier ist das richtig? Ja, ein weiter. Ein weiter. 17,5 im Kisman. 13 im Beluna. Jetzt gehen wir einfach zum Schluss. Das ist die, eigentlich die letzte Stunde. Sechste Stunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechste Stunden. 9,9 hat der Beluna im Kühlschrank. 16,6. 16,6. Der Kisman, der ist ausgestiegen. Bist du immer noch im Regelbereich? Ich bin immer noch im Regelbereich. 6,3. Interessant ist auch, wenn man die mal hier auseinander legt. Habe ich gerade mal gemacht schon. Was du mit mir gemeckert hast, warum ich die Blätter dann erschiebe. Weil sie keine Luftfeuchtigkeit haben. Wenn man hier mal guckt. Nee, wenn man hier mal guckt. Hier, er kühlt immer noch runter. Ist immer noch nicht in der Solltemperatur. Hier auch. Und guck mal, wie früh der hier schon anfängt, den Regelbereich. Weil der halt so früh schon kalt ist. Ich hoffe, geht es hier um schlecht, Flo? Stefan, geht es um schlecht? Es ist, was kann ein Kühlschrank? Der Test hat mich wach gemacht, wie die Firma, kann ich auch sagen, hat er mir auch gesagt, die Firma Dobstahl Caravantechnik nicht an dem Sonntag angerufen hat, wo das so heiß war. Letzter Sonntag war das, glaube ich. Ja, der erste Sonntag. Ich bin im Wohnmobil gekommen. Ich lese erst die WhatsApp. Ich denke, was kommt jetzt? Ich hatte 44 Grad im Wohnmobil und sagt er, ich habe auf den Frostdor geguckt, Fenster aufgerissen, wie das halt so ist. Und im Frostdor minus 18 hat er mir, glaube ich, geschrieben und im Kühlschrank 6. Alter, jetzt habt ihr doch mal gesehen, das Entwickeln, das viele Geld, was ich bezahlt habe. Das viele Geld, was ich bezahlt habe. Kommst du nicht dran vorbei, ist ein Tier. Das ist kein Kühlschrank. Das ist kein Kühlschrank. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Sag mir das einer. Ist irgendwas falsch? Geh nochmal auf die Temperaturen bitte ein. Aufstarten. 43,8. Haben wir aufgestartet. 43,9. 43,7. Hier, kannst du gucken. Nein, dann geht der langsam. 43,9. 44,1. Aber wenn ich mir das bei dem Kühlschrank hier angucke, es ist unglaublich. Wenn man jetzt den Mann nimmt, der ist bei 19,1. Die kämpften der Kismar. Der kämpft. 19,1. Die zwei Stunden. Bei 18,6 sind sie ungefähr gleich. Ein Kompressor ist klar. Nach zwei Stunden. 6,4. Das ist kein Kühlschrank. Für mich ist das ein Tier. Das ist ein Tier, der Kühlschrank. Das ist nicht normal. So, aber jetzt kommen die Schattenseiten. Wir legen alles offen. Der Stromverbrauch. Die legen sie alle drei. Ich hatte sie schon. 56 Amperstunden. Der Belluna hat 44 Amperstunden. Und der WCS. Ne, das ist WCS. WCS, genau. 56. Gehört ja hier neben. Sorry, WCS. 56. Belluna 44. 44. Kismar hat am wenigsten Gebrauch, wenigsten gebracht. Ja gut, nützt mir doch nichts. Der Stromverbrauch, wenn ich kein... Was nützt mir der Stromverbrauch, Stefan? Was willst du? Stromverbrauchen? Ich würde ein kaltes Bier haben. Ja, mich interessiert er nicht. Ich habe eine Solaranlage drauf. Im Sommer spielt er... Im Winter... Vor allen Dingen, wenn der durchläuft, im Regelbereich. Das hat gestern einer in den Kommentaren gut aufgepasst. Würdest du den jetzt über längeren Zeitraum machen? Ja, wir werden dann mal auf zwei Tage... Genau, wir werden einen Tag. Dann wird der die einholen. Weil wir dann durchfahren. Weil wir dann richtig langen... Ja gut, man darf ja nicht sagen. Hier laufen zwei Kältemaschinen auf Vollgas, weil sie schnell die Temperatur erreichen wollen. Hier ist halt nur eine Kältemaschine. Also kann auch nur eine Kältemaschine laufen. Aber ich habe kein Ergebnis. Ich habe keine Kälte. Jetzt hätten wir hier eine Differenz von 12 Ampestunden. Richtig. Dafür habe ich aber nichts Kaltes. Und da bin ich schon gerade Bier am trinken. Ich kann aber nichts trinken. Oh, meine Ware ist verdorben. Scheiße, der braucht zu viel Strom. Aber das Zeug ist gefroren. Meine Wurst ist schön eiskalt. Jetzt haben wir ja den Extremtest gemacht. Wir können mit der Temperatur um 5 Grad zurückgehen. Dann werden die ein kleines bisschen kommen. Dann haben wir eine Geschichte, die muss ich euch zeigen. Die Klimaklasse. So, die Klimaklasse. So. Schaut mal. Die Klimaklasse. SN. Subnormal. Plus 10, plus 32. Danach steigen alle aus. N. Normal. Plus 16, plus 32. Die Klimaklasse ST. Subtropisch. Eignen sich für Umgebungstemperaturen von plus 18 bis plus 38. T ist tropen. T tropisch. Eignen Temperaturen von 16 bis plus 43. Der WCS ist tropentauglich. Dieser Kühlschrank ist tropentauglich. Hier, bitteschön. Sonst sagt er wieder. Aber ich bin auch ehrlich. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Dass er besser ist wie die alle. Aber der, der schlägt sich. Gut, der zieht sich dann mal weg. Weißt du. Wenn du auf gerader Strecke fährst, Stäpfer brauchst 10 Liter mit deinem Auto. Wenn du den Kofferraum vollpackst und fährst in den Kasseler Berge, dann braucht dein Auto 16. Aber du kannst ja auch das Auto hochschieben. Da brauchst du keinen Sprit. Ja, würde auch gehen. So, mit Triffgeschwindigkeit hochfahren. So, jetzt haben wir das hier zu viert. Richtig. Zu fünft. Der Pascal ist auch auf der anderen Seite. Jetzt haben wir das gewisse, nein, der Florian und ich, wir waren gestern stinkesauer. Wenn etwas schief geht oder nicht zu verstanden wird, sehe ich das ein. Nein, ich sehe das ein. Ich weiß nicht, wo die 20 Grad herkamen. Ich weiß es nicht. Da ist was schief gelaufen. Das kann man aber doch dann freundlich sagen. Götz, da ist was nicht richtig. Nein, Kommentare. Es waren ja nicht alle Kommentare schlecht, aber es waren schon einige dabei. Einige waren dabei. Der Fehler ist passiert. Der Fehler ist gemacht worden. Fertig. Jetzt haben wir es revidiert. Ja, und darum habe ich gesagt, mach den Tisch frei, den Stefan dabei, dass das jetzt hier wirklich fluppt. Und dann haben die Reihen nicht gestunken. Hier hat er von mir einen Anschiss gekriegt. War logi. Dann ist er immer zwei Reihen aus Versehen runtergerutscht. So, dieser Kühlschrank ist nicht mehr normal. Ich habe ein Vermögen ausgegeben. Ich habe eine Vision gehabt. Ich möchte etwas bauen, was Unnormales. Es fängt doch da schon an. Das kann der Flo jetzt besser erklären. Der Kühlschrank wurde geliefert. Ist bei mir im Auto. Kühlt wie die Best. Dann habe ich gesagt, im Forster können wir doch einen Fünfplattenverdampfer reinmachen. Ja, warum? Der kühlt doch super. Ist so gewesen, ne? Dann haben die gesagt... Friert der Spinat fest. Ja, auf dem Boden friert das fest. Dann haben wir damals geguckt. Ich sage, Flo, wir haben doch diese Fiti Frigo, die ich alle umgebaut habe. Die haben doch auch unten eine Platte gehabt. Und dann hatten wir an dem Tag ein Auto. Sind wir rausgegangen. Dann, ich glaube, der Bürste oder was das war, wo der drin war. Die Bodenplatte weiß, da friert gar nichts fest. Dann haben wir gesagt, im Kühlschrank fünf Platten. Eigentlich, der ist schon gut. So, Roster. Der Kühlschrank bei mir im Auto hatte der Flo mir auf WhatsApp geschrieben. Und ich sage, Flo, tip top, der kühlt wie Schwein. Dann habe ich gesagt, wenn wir doch jetzt in Produktion gehen. Und wir haben das Gitter abgenommen zusammen. Dann haben wir abgebaut. Dann haben wir gesagt, warum haben wir so viel Luft rechts und links? Warum haben wir so viel Luft? Dann habe ich gesagt, lass uns doch den Verdampfer bis nach rechts und links ziehen. Und in der Höhe haben wir ihn noch. Und in der Höhe. Dann ist der Verdampfer 35 Prozent größer. Was Schwachsinn ist. Und jetzt hat sich das bewahrheitet. Hier, abheften. An jemand gucken kann, wenn er da gucken will. Und alle, die gerne mal was testen möchten. Oder schreibt auch einer, Der Wechselrichter, drei Stunden lauwarm. Kommt vorbei. Ihr seid echt eingeladen. Ihr kriegt von mir einen Kaffee. Da kann einer reingehen und sagen, komm, schließ den an. Das will ich mir angucken. Aber keine dummen Kommentare schreiben. Hier ist jeder herzlich gerne eingeladen. Ich habe ja auch mit dem Pascal, machen wir morgen ein Video über den Kühlschrank. Der Dometic, der ist abgegangen. Heute, ich habe den umgebaut. Ich glaube, die haben alle ein Riesenproblem mit ihrem Kompressor. Und darum habe ich gesagt, der kühlt und habe ich alles abgeschnitten. Der ist schon entkernt. Morgen kommen die Fragen, hättest du mir doch gehen können. Das geht nicht. Es müssen neue Typen Schilder rein. Es ist ein R290 im Kühlschrank eingefügt. Muss neu klassifiziert werden. Geht nicht. Alles raus. Die ganzen Ersatzteile hat der Stefan eben hochgebracht. Display, Schubladen, Türen. Der Rest geht im Container. Hättest du mir gehen können. Das war damals mit den Solarmodulen. 150 Solarmodule geschreddert. Ja, aber ich nehme die doch und... Nein, dann kommt irgendwann... Ja, hat der mir gegeben. Aber die haben nur drei Wochen gehalten. Die sind ja nicht ehrlich, die Leute. Ja, da habe ich gesagt, wir schreddern alles und weg damit. Aber jetzt habe ich eine schöne Sache für meinen Ordner. Eine sehr schöne Sache für meinen Kühlschrankordner. So, jetzt habt ihr das gesehen. Wir wollten das... So etwas lassen wir nicht auf uns sitzen. Das wollten wir mal klarstellen. Jetzt habt ihr gesehen, diese Kühlschränke können nicht mehr mithalten. Ich würde sagen, die Klassifizierung ist bei WCS tropentauglich. Wir haben einen Kühlschrank, der bis 44 Grad läuft. Haben wir gesehen. 43 haben wir ja in der Bude gehabt. Und er läuft. Ja? Und schnell im Regelbereich. Ja, wenn ich überlege. 12 Ampere Stunden. Die spinnen alle. Egal. Überlege mal. 12 Ampere Stunden. Was möchtest du, Lukas? Wenig Stromverbrauch und das Bier ist 13 Grad oder viel Stromverbrauch? Wäre doch nicht mal 13 Grad. Ach, vorbei, der ist Stromverbrauch. Überlege mal. Es ist ja so, in der Klimakammer mache ich das wie Dometic. Ihr könnt alle bei Dometic, könnt ihr im Internet eingeben, bei Google, könnt ihr bitte machen. Da ist der technische Leiter von Dometic. Er sagt, bei 35, 40 Grad steigt jeder Absorber raus. Lestet euch durch. Geht auf die Seite. Und bei 35, wenn ich da einen Absorber rein stelle, jetzt sagen die sich, aber da muss ein Lüfter hinter. Nein, die testen das unter Extrembedingungen. Ich kann doch nicht in meinem Kühlhaus Löcher reinschneiden. Was soll das? Wir haben Extrembedingungen. Also, es geht gar kein Weg dran vorbei an unserem Kühlschrank. Er ist zur Zeit auf dem europäischen Caravanmarkt das Maß aller Dinge. Was ich da gebaut habe, bin ich stolz auf, zusammen im Flo. Auch der hat mich für verrückt erklärt, warum der Verdampfer größer, noch größer, noch größer. Kältemaschine, BD-80. So, so einen fetten Kondensator. So, und was ist da raus geworden? Genau wie mit unserem neuen Fenster. Kommt auch noch ein Video. Liebe Camper, das mussten wir euch zeigen und ihr seht selber, du kannst nicht hier irgendwo eingreifen. Der Datenlogger, wäre der einmal aus dem Kühlschrank, hätte er sofort einen Peak gemacht. Ihr seht, wie sauber... Ich habe ihn in der Linie gesehen. Nein, schaffst du nicht. So sauber wie der Datenlogger runtergelaufen ist, seht ihr, dieser Test war 100%ig. Musst du vom Notar absiegeln lassen. Wenn jetzt einer sagt, ja, vielleicht war der Datenlogger draußen, geht ja nicht. Wäre der eine Minute draußen gewesen, hast du hier in der Mitte... In der Kurve sitzen. ...hättest du sofort einen Peak gehabt. Guck mal, was ist denn da? Ganz, ganz, ganz stur. Immer auf 0,2 Grad, 0,3, 0,4. So war der Test. Und wenn der Test gestern einfach nicht so perfekt war, entschuldige ich mich noch dafür. Weil ich habe das mit den 20 gesehen. Ich habe mich echt auf... Ja, das ist irgendwas schiefgelaufen. Aber, dann schaut euch das bitte an. Aber die Ergebnisse sind ja vergleichbar. Dann sieht man ja auch, dass es vielleicht die Startdemokratie nicht richtig war, aber das Ergebnis nach zwei Stunden, drei Stunden ist das gleiche. Ist ja eigentlich das gleiche. Aber wir wollten es ja richtig stellen. So, und der Dometic hat einen Konstruktionsfehler, das unterschreibe ich euch. Der Dometic hat einen Konstruktionsfehler. Ja, ich habe den gestern in der Halle gehabt, habe ihn so laufen, dass mit dem Vehicle kommt der Kühlschrank auch nicht. So gut wie gar nicht. Er war ja dabei. Dann habe ich den Kompressor rausgerissen, habe den umgebaut, gibt der mal richtig Schmackes, gibt der mal Power. Ich glaube auch, mit dem ganzen Druck reicht gar nicht, dass der überhaupt mit dem Kältemittel noch durch den Kühlschrank kommt. Hör mal, ich habe heute Morgen den Floh, der guckt, heute Morgen wieder gekommen ist, minus 34 an der Verdampferplatte. Geht mit R134 gar nicht. Wir haben das Kältemittel R290 eingefüllt und in unserem Kühlschrank haben wir R290. So sieht das aus. Aber dazu, Fortsetzung voll, kommt noch was. Ja, was kommt da noch? Dein Dometic-Kühlschrank. Ja, mein Dometic-Kühlschrank, da kommt noch was. Da können die sich da mal alle angucken, was da passiert ist. Weil diese, besser wie so, ich habe gesehen, auch der andere Kollege war böse und viele schreiben das da rein und dann, was da alles so draußen läuft, das ist, weißt du, sei doch mal freundlich, schreib doch, das ist nicht okay. Baaah, nur rumkotzen. Aber die so rumkotzen, das sind die Nichtskönner, die nichts auf die Kette kriegen. Ja, die sagen Amperstunden, was das genau bedeutet, wie es, ich sage immer Amper, ich bin einfach immer, das ist so eine blöde Angewohnheit. Und gut, ist so. So, die Datenlogger, Lukas, bitte alle einsammeln. Die kommen nach vorne. So, liebe Camper, schaut euch das bitte an. Ja, ich weiß gar nicht, was sich teilweise die Leute einbilden. Adios. Und ihr habt ja gesehen, alle Kühlschränke haben sechs Liter drin, sechs Liter Mineralwasser. Nur, der WCS-Kühlschrank hat sieben Liter drin, noch ein Liter dabei. Der hat nämlich vier mal ein Liter und zweimal 1,5 Liter. Das wäre der Nachteil. Na, für unseren Nachteil, aber da zieht der Herr dran vorbei. Aber Stefan, 43 Umgebungstemperaturen ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, da kann ich mein Siemens gegen wegschmeißen zu Hause. Du auch. Das ist doch nicht normal. Aber der Weg war sowas von richtig, wobei, der kühlt doch so gut. Sei doch mal zufrieden. Wo ich gesagt habe, mach den verdammt vergrößern. Mach einen Fünften im Frost da rein. Ich habe ihn doch im Auto gehabt. Wir waren doch unterwegs. Was ist da dabei? Der kühlt wie... Lass es doch so. Nein. Fünf Plattenverlampfer. Was wir da gebaut haben, ist unerreicht. Liebe Camper. So. Adios.